Ja, hi Leute, weiter geht's mit dem Quiz. Und zwar, wir haben ja in den letzten paar Videos folgendes, ich will das mal ganz kurz, wir hatten ja hier ein Question-Objekt erstellt. Aus diesem Objekt haben wir unsere Fragen erstellt. Jede Frage bekommt einen Fragentext und bekommt auch noch gleich, ob das Ganze eben Ja oder Nein, also im Endeffekt stimmt oder stimmt nicht ist. Wenn wir hier mal auf Question-Bank geben, dann haben wir nämlich zum Beispiel gesehen, dass wir die ganzen Fragen hier erstellt haben. Die ganzen Fragen haben wir dann eben in einen Airway hinzugefügt und zwar Question-List. Dementsprechend kann ich jetzt, wenn ich ein Objekt von dieser Question-Bank erstelle, darauf zugreifen. Das habe ich hier im View-Controller gemacht. Hier haben wir eben einmal die Question-Bank und dann haben wir auch die erste Frage, wenn das View geladen wird, also wenn dieser View-Controller, das Ding hier geladen wird, dann wird auch die erste Frage gleich angezeigt aus diesem Airway-Question-List am Index 0. Wenn wir mal zurückgehen zu Question-Bank, dann ist nämlich der Index 0 hier. Dementsprechend wird mal die erste Frage, die angezeigt wird, ist eben dann diese, ist die Erde rund? So, machen wir mal weiter. Und zwar, was wir jetzt jetzt machen müssen, ist einmal überprüfen, ob die Antwort, also ob der Nutzer Ja oder Nein geklickt hat, ob das Ganze dann eben stimmt. Wie machen wir das Ganze? Und zwar, es ist nämlich so, dass wir in diesem Main-Storyboard ja die Verknüpfung gemacht haben, diesen Ja und Nein-Button mit dieser Answer-Button. Wenn ich da jetzt mal drüber gehe, sehen wir, okay, beide leuchten auf. Das heißt, wenn ich auf diese Methode klicke, beziehungsweise wenn ich auf diese zwei Button klicke, wird Ans, also hier diese Methode aufgerufen. Und ich muss jetzt überprüfen, okay, hat der jetzt auf Ja geklickt oder Nein? Wie geht das? Dafür gibt es eine relativ simple Methode. Und zwar, wir klicken mal auf so einen Button und hier rechts in diesem Attribute-Inspektor steht nämlich etwas und zwar Tag. Wir übergeben den, hier bei dir steht das wahrscheinlich 0, da musst du einfach mal eine 1 eintippen. Hier oder 1, beziehungsweise 1 mal erhöhen. Und das gleiche Spiel machen wir auf dem Nein-Button und zwar sage ich hier den Tag bitte auf 2. Und anhand von diesem Tag überprüfe ich jetzt, ob der links geklickt hat, der Nutzer, oder eben rechts. Also wollen wir das Ganze mal angehen. Hier im Answer-Button machen wir jetzt mal eine If und fragen jetzt einmal Sender. Dort gibt es eine Eigenschaft, die heißt praktischerweise Tag. Und ich sage halt eben, wenn er auf 1 geklickt hat, dann weiß ich, okay, beziehungsweise lassen wir es mit dem Print. Und machen wir nochmal Else-If. Wenn der Sender aber ansonsten Punkt Tag, nicht Tint-Color, sondern Tag ist gleich 2, dann weiß ich, der hat nämlich auf Nein geklickt. So, wie speichere ich jetzt diese Eingabe, was der Nutzer denn geklickt hat? Dafür mache ich mir hier oben bei diesem var-let ein paar neue Variablen. Und zwar als erstes Picked-Answer. Da werde ich jetzt rein speichern, erstmal als Standard ein False, damit der hier nicht rummeckert. Und hier werde ich dann eben speichern, wo der Nutzer geklickt hat. Und genau das mache ich nämlich auch. Wenn er auf den Tag 1 geklickt hat, also auf den Ja-Button, dann machen wir Picked-Answer gleich 2. Also Ja. Und wenn der auf den 2 gedrückt hat, also auf den rechten Tag, also auf den Nein, dann ist das Ganze eben False. Und anhand dieser Eigenschaft kann ich dann eben für jede Frage überprüfen, ja, hat der eigentlich auf Ja oder Nein geklickt. Genau, der meckert hier. Wir müssen das Ganze mal auf Var machen und zwar nicht Let, weil Let ist ja eine Konstante. Und dementsprechend würde die Zuweisung hier nicht klappen und deshalb meckert er hier. So, und damit wir überprüfen können, ob das funktioniert, können wir hier mal Print eingeben und sagen hier Ja. Hier machen wir mal Print und sagen einmal Nein. Und das Ganze mal in Stringform. So, ich starte das Ganze mal nur, dass wir überprüfen können, ob das mit den Tags eben funktioniert. So, App ist gestartet. Ich drücke jetzt mal auf Ja, Ja, Ja. Dann sehen wir hier Ja, Ja, Ja. Und da sehen wir Nein, Nein, Nein. Ja, 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 Ja. Nein, Nein, Nein. Alles klar. Das mit den Tags funktioniert. Jetzt müssen wir natürlich überprüfen, wenn ich hier drauf drücke und hier die Frage steht, ja, stimmt das oder stimmt das nicht. Dementsprechend machen wir die nächste Methode noch in diesem Video und zwar Check, hier diese Antwort zu überprüfen. So, wie überprüfen wir das Ganze? Zunächst mal brauche ich von der Frage, die gerade aktuell angezeigt wird, brauche ich die Eigenschaft, wenn wir uns mal Questions nochmal angucken, das Ding hier. Das brauche ich jetzt. Da muss ich jetzt überprüfen, ist das jetzt Ja oder Nein. Weil das haben wir ja hier in dieser Question Bank für jede Frage eben explizit gesagt. Zum Beispiel ist die Erde rund, wäre nur richtig, wenn ich tatsächlich auf Ja klicke, also wenn das ganze Tool ergibt. Das muss ich aber überprüfen. So, wie machen wir das? Hier stellen wir mal eine Konstante, nennen das Ganze jetzt mal zum Beispiel Correct Answer gleich und jetzt müssen wir natürlich für jede Frage das eben machen. Wir machen einmal All Questions, Punkt, Questions, List, gehen jetzt in dieses Error Hintz hinein. Wie kriegen wir das Ganze jetzt hier hin, dass es so allgemein, also damit das Ganze eben flexibel ist und ich hier nicht nur 0 oder 1 eintippen muss. Dafür machen wir wieder hier eine Variable und zwar nennen wir das Ganze Question Number. Aber ich setze jetzt mal eben am Anfang auf 0. So, und hier schreibe ich jetzt nicht 1 rein, sondern Question Number. Ja, Question Number wird sich jedes Mal, wenn wir auch noch nachher machen, jedes Mal um 1 erhöhen, damit eben die nächste Frage angezeigt wird. So, und hier muss ich jetzt einmal auf dieses Answer zugreifen, denn da drin steht jetzt eben True oder False, damit ich überprüfen kann, ob der Nutzer richtig liegt oder nicht. Je nachdem, ob der auf Ja oder Nein klickt. Dementsprechend machen wir hier wieder wie so ein If, Correct Answer. Wenn das gleich ist, der Pickt Antwort, dann können wir zum Beispiel sagen, Print, machen wir mal ein Print erstmal, stimmt oder machen wir mal rein richtig zum Beispiel. Ansonsten liegt er eben falsch und dementsprechend mache ich jetzt mal Print falsch. So, jetzt können wir das Ganze mal kurz überprüfen, aber wir müssen noch gucken, dass wir diese Question Number natürlich immer 1 erhöhen. So, wo machen wir das? Das machen wir da, wenn wir auf diesen Answer Button, also wenn wir da eben drauf drücken, links oder rechts. Zunächst mal überprüfen wir überhaupt die Antwort. Und wenn er die Antwort überprüft hat, gebt mir die nächste Frage. Und deswegen machen wir Question Number gleich Question Number plus 1. Ja, wir werden gleich Question Number noch nutzen, damit wir hier diese Methode, das machen wir gleich im nächsten Video für Next Question, damit er mir auch die nächste Frage anzeigt. So, starten wir mal das Ganze hier und überprüfen zumindest schon mal für die erste Antwort, ob das Ganze so funktioniert. So, drücken wir auf Erde ist rund, dann steht hier ja richtig, stimmt das auch wirklich, wenn wir uns mal Question Bank angucken, ja, das stimmt. Also wenn ich hier auf Ja klicke, dann passt das, die Erde ist ja rund, also stimmt. So, und im nächsten Video schauen wir uns mal an, wie wir die nächste Frage anzeigen lassen können, denn wenn ich jetzt hier mal weiterklicke irgendwo, dann wird da nichts passieren. Die nächste Frage kommt nicht, irgendwann schmieden wir sogar die App ab und darum kümmern wir uns dann gleich in den nächsten Videos.